Musik 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 Meutereien wie die 1789 stattgefundene auf dem durch Literatur und Film weltbekannten Segelschiff Bounty sind während des Zweiten Weltkrieges in Verbänden der deutschen Wehrmacht so gut wie nicht vorgekommen. Nicht nur, dass die unweigerlich zur Exekution geführt hätten, zutiefst saß auch das Trauma der 1918 von Wilhelmshaven und Kiel ausgegangenen Revolution, als Matrosen und Heizer auf zahlreichen Schiffen und Booten der kaiserlichen Hochseeflotte den Gehorsam verweigert und anstatt der Reichskriegsflagge rote Tücher gesetzt hatten. Allerdings gab es 1945 doch eine Meuterei, die sich nur Tage vor der Kapitulation am 8. Mai, am 5. Mai auf dem Minensuchboot M612 zugetragen hatte. Hier das Bild dieses Bootstyps. Denn anstatt sich einem Transport nach Kurland anzuschließen, hatte die Besatzung unter der Führung des 21-jährigen Maschinenmarts Heinrich Glasmacher mit Waffengewalt den Kommandanten, einen Oberleutnant zur See, eingesperrt und hatten dann das Boot übernommen. Nach Ausschaltung zwei weitere Offiziere, um vom dänischen Hafen Fredericia, das deutsche Flensburg, zu erreichen. Allerdings waren sie von mehreren Schnellbooten gestellt worden. Im anschließenden Standgericht waren elf Besatzungsmitglieder zum Tode durch Erschießen für weitere zu Zuchthausstrafen verurteilt worden. Ebenfalls in der Marine, dieses Mal bei der Bundesmarine, soll sich um den 7. November 2010 auf dem Segelschulschiff Gorch Fock eine Mini-Meuterei abgespielt haben, als Seekadetten, wie die Offizieranwärter der Marine genannt werden, sich nach dem Tod einer vom Segelmast gestürzten, unerfahrenen Kadettin aus Angst geweigert hatten, ebenfalls aufzuändern. Aber die eben geschilderte Begebenheit, die ich ja auch nur als eine Art Meuterei bezeichnet habe, ist in keiner Weise auch nur im Ansatz vergleichbar mit den Ereignissen, die in der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges immer wieder von den in deutsche Uniformen gesteckten sogenannten fremdländischen Soldaten ausgeführt worden waren. In meinem Video, Texel 1945, Der Verrat der Georgier, habe ich ja bereits von der Meuterei des in der Wehrmacht eingegliederten georgischen Infanterie-Paterions 822 berichtet, das in Stärke von 756 Mann als deutsche Besatzungstruppe und zur Abwehr einer möglichen alliierten Landung auf der niederländischen Nordseeinsel Texel in der Nacht vom 5. zum 6. April 1945 ihr schlafendes deutsches Rahmenpersonal, mit dem sie noch am Abend vorher gefeiert hatten, auf grausame Weise regelrecht abgeschlachtet hat. Bis zum Sonnenaufgang sollen bis zu 400 der Schläfer und der auf der Insel eingesetzten und nichtsahnenden deutschen Wachsoldaten ermordet worden sein, bis auf die Insel herangeführte deutsche Verbände einen Großteil der Meuterer getötet hatten. Und auch bei dem ursprünglich nur zu Propagandazwecken aufgestellten indischen Infanterie-Regiment 950 in der indischen Legion, wozu es dieses Video gibt, hatten sich seit 1943 verschiedene Befehlsverweigerungen, Hungerstreiks und Meutereien abgespielt. So hatte sich eine größere Anzahl der SIGs zunächst ihrer Verlegung von Deutschland an die raue niederländische Nordseekküste des Atlantikwalls geweigert, dann nach ihrer Verlegung nach Südfrankreich an den Südwall bei Poitiers 1943 und dem Beginn der Alliierten Invasion 1944, hier im August bei der Besichtigung durch Generalfeldmarschall Rommel, geweigert gegen sogenannte freifranzösische Truppen beziehungsweise Partisanenverbände zu kämpfen. Auch waren einige zu den Partisanen übergelaufen. Allerdings waren tödliche Angriffe auf ihr deutsches Rahmenpersonal ausgeblieben. Sogar bei der Kommandotruppe des Chefs der deutschen militärischen Abwehr im OKW, Admiral Wilhelm Canaris, der legendären Division Brandenburg, bei dem ab Herbst 1943 jedes Bataillon eine vierte sogenannte Legionärskompanie aus Russen, Ukrainern, Kaukasiern usw. erhalten hatte, hatten im gleichen Jahr sämtliche im Mittelabschnitt der Ostfront eingesetzten vierten Kompanien bis auf wenige Gruppen gemäutert und waren nach der Ermordung des deutschen Rahmenpersonals zur Roten Armee übergelaufen. Nun wimmelte es ja in der Wehrmacht nur so von fremdländischen Soldaten aus allen Herrenländern, jeglicher Motivation und Qualität. So kann man allein bei den aus den zahlreichen sowjetischen Ländern und Stämmen freiwilligen oder aus den kriegsgefangenen Lagern rekrutierten Soldaten zusammen mit den sogenannten Hiwis, den Hilfswilligen, von einer Zahl bis zu einer Million ausgehen, die überwiegend in den Divisionen der Waffen-SS zusammengefasst worden waren. Bei dieser Unmenge von grundverschiedenen Männern, die sich entweder freiwillig gemeldet oder aus Hunger und Angst vor dem Sterben im Kriegsgefangenenlager die deutsche Uniform angezogen hatten, ist die überwiegende Zahl bis zum Kriegsende bei ihren Einheiten geblieben. Allerdings waren aber auch viele der in der Wehrmacht fremdländischen eingesetzten Soldaten für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich und stellvertretend sei genannt die sogenannte ukrainische Hilfspolizei auch an der Mitwirkung am Holocaust. Wie bei der eben erwähnten Meuterei der Ukrainer auf Texel gibt es weiterhin eine erkleckliche Zahl von Vorfällen, bei denen sich die fremdländischen Soldaten gegen ihre deutschen Kameraden gestellt hatten, wobei eine erhebliche Zahl getötet worden war. So im französischen Villefranche de Roigü am 16. auf den 17. September 1943 bei der 13. Waffengebirgsdivision der SS Hanscha, kroatische Nummer 1. Intern wurden die muslimischen Soldaten auch Musel-Germanen genannt. An dem bewussten 16. auf 17. September 1943 hatte ein eingeschleuster kommunistischer Agent, der bosnische Leutnant Ferit Canic, der früher in der königlich-jugoslawischen Armee gedient hatte und jetzt Leutnant in deutschen Diensten war, mit drei anderen im SS-Gebirgspionierpation 13 den von ihm geplanten Aufstand ausgelöst, wobei fünf deutsche Offiziere ermordet worden waren. Ehe allerdings deutsche Kräfte herangeführt worden waren, hatte der Bataillons-Iman Halem Malkoc durch Ansprachen an zwei bosnische Kompanien erreicht, dass diese beiden Einheiten die Meuterei binnen weniger Stunden niederschlugen, wobei rund 150 Aufständische getötet worden waren, darunter auch der Anführer Canic. Weitere 18 waren nach mehreren Kriegsgerichtsverfahren hingerichtet worden und 825 als unzuverlässig angesehene Bosnier nach Deutschland zum Arbeitsdienst in der Organisation Todt verlegt. Die sich dem OT-Einsatz widersetzten, 265 waren ins Konstellationslager Hamburg-Neuengamme gebracht worden, was eine Anzahl von ihnen nicht überlebt hat. Ebenfalls in Frankreich, knapp ein Jahr nach der Meuterei in der kroatischen Hanscha-Division, am Sonntag, dem 27. August 1944, fand die blutigste Meuterei statt. Ausführende waren zwei Schuma-Bataillone der 30. Waffengranadier-Division der SS, Klammer russische Nummer 2, wobei Schuma für Schutzmannschaft stand. Hier auf dem Bild die Kommandeure der Schuma-Bataillone 102 bis 115 und das 118. Bataillon. Diese gemischte Truppe aus osteuropäischen Freiwilligen und Wehrpflichtigen, dabei überproportional Weißrussen, war am 31. Juli 1944 gebildet worden, aus der sogenannten Schutzmannschaft Brigade Siegling, benannt nach dem Obersturmbahnführer und Oberstleutnant der Polizei Hans Siegling. Damals, im August 1944, war die Division verlegt worden zu der an der von Paris nach Basel führenden Bahnstrecke liegenden französischen Stadt Vessoul, um die strategische burgundische Pforte, wie der nicht weit entfernt von der schweizerischen und deutschen Grenze im Bildhintergrund liegende, rund 400 Meter hohe und 30 Kilometer weite, flache Sattel zwischen Vogesen und Jura genannt wird, bei einem erwarteten Angriff französischer Partisanen zu verteidigen. Wie berichtet wird, war die Moral der Truppe katastrophal. Das deutsche Rahmenpersonal, Offiziere wie Unterwiziere, sollen die in ihren Augen minderwertigen ukrainischen Soldaten verachtet haben, während die wiederum den Deutschen misstrauten und überhaupt keine Lust verspürten, gegen Franzosen kämpfen zu müssen. Zumal sich ja auch die Kriegslage zugunsten der zügig vorrückenden Alliierten dramatisch verändert hatte. In dieser Stimmung hatte der 26-jährige Major Lev Loba den Entschluss getroffen, hier sieht man ihn nach dem Krieg, mit seinen von Frankreich verliehenen Orden, sich zunächst konspirativ mit den vor ihnen liegenden französischen Résistanceführern zu treffen, um dann unter Mitnahme aller Waffen und des Gerätes geschlossen überzulaufen und sich den Franzosen im Kampf gegen die Wehrmacht anzuschließen. Und während sich Hauptmann Negrewetsky, Kommandeur des Anderen, im mit Rot gekennzeichneten Lager Valdehon liegenden und zur Meuterei ebenfalls entschlossenen ukrainischen Schuma-Bataillons, am 23. August mit Vertretern des französischen Widerstandes getroffen hatte, traf sich einen Tag später auch Major Loba bei Vessoul mit Résistanceführern. Fast ungläubig über ein solch im Krieg kaum glaubliches Geschenk hatten die Vertreter der abgekürzt FFI, der Forces Française de l'Intérieur, deutsch-französische Streitkräfte des Innern, wie der formelle Namen der von General de Gaulle geführten Widerstandskräfte lautete, den Vorschlag der Ukrainer angenommen, mit Waffen und Gerät die Seiten zu wechseln, hatten allerdings auch Bedingungen gestellt. Erstens würden die französischen Partisanenverbände die hinterhältig geplante ukrainische Meuterei nicht aktiv unterstützen. Zweitens würden beide ukrainische Bataillone nach einer erfolgreichen Meuterei unter der Kommandostruktur der FFI eingesetzt werden. Schließlich müssten die Ukrainer, um ihren ehrlichen Willen zum Überlaufen unter Beweis zu stellen, zunächst alle ihre deutschen Offiziere und Unteroffiziere töten und dabei keine Gefangenen machen. Den Anfang machte in der Nacht vom 26. zum 27. August 1944 das ukrainische Bataillon unter Hauptmann Negrev-Betsky. Sie ermordeten alle deutschen Offiziere und liefen in Stärke von 500 Mann unter Mitnahme eines Panzerabwehrgeschützes, vier 82 mm Granatwerfern, acht schweren Maschinengewehren und ihrer persönlichen Bewaffnung zu den Franzosen über. Nachdem am Morgen des 27. August Meldungen über diese nächtliche Meuterei bei dem anderen Bataillon unter Loba eingegangen waren, hatte der dort als Kommandeur des dritten Bataillons im Waffengrenadierregiment der SS 75, Klammer russisches Nummer 4, eingesetzte deutsche SS-Hauptsturmführer und Hauptmann der Schutzpolizei Karl Hanstein eine von den Ukrainern verborgenes Treffen mit anderen deutschen Offizieren organisiert, um ihnen die Lage zu schildern. Auch war inzwischen ein Befehl der Division eingegangen, das von Loba befehligte Schumer-Bataillon in Stärke von über 1000 Mann mit seinen 300 Pferdefuhrwerken und Karren zurück nach Vesul zu verlegen, wo sie entwaffnet werden sollten. Dieser Rückmarschbefehl hatte allerdings bei Loba den Verdacht genähert, die deutsche Führung hätte von seinem Plan erfahren und würde jetzt zu Gegenmaßnahmen greifen. Während er auf dem Marsch an der Spitze der langen, pferdebespannten Kolonne in Richtung Vesul ritt, umgeben von ukrainischen Soldaten, marschierten in der Mitte des Herbands die Deutschen mit den von Pferden gezogenen schweren Waffen, dahinter wieder Ukrainer. Dann, gegen Mittag und angekommen im Dörfchen Noador-le-Feroux, als die Kolonne eine bestimmte von Loba festgelegte Straßen und Eisenbahnkreuzung passierte, gab Loba mit einem Kopfnicken seinem eingeweihten Adjutanten das verabredete Zeichen, das Abschießen einer grünen Leuchtkugel. Aber, als die mit einem Pfeifen in die Luft gegangen war, passierte zunächst nichts, da nur eine Handvoll ukrainische Offiziere und noch weniger Soldaten von seinem Plan wussten und keiner der wenigen Eingeweihten den Mut hatte, den ersten Schuss abzufeuern. Da rief der hinter Loba reitende Leutnant Hirnchuk auf ukrainisch in die Menge das nächste Signal zu meutern. Setz den Helm auf! Automatisch hatten die ukrainischen Soldaten den Befehl ausgeführt und auch ein neben Hirnchuk reitender Obersturmführer und Oberleutnant der Polizei setzte ebenfalls seinen Helm auf. Dies nutzte der Ukrainer aus, drehte sich unvermittelt zum nichtsahnden Deutschen und schoss ihm mit seiner Pistole mehrfach in den Kopf. Als der tödlich Getroffene vom Pferd fiel, war das der Beginn der Meuterei. Ohne dass die völlig überraschten deutschen Soldaten sich wehren konnten, erschossen die Ukrainer jeden in ihrer Nähe oder erwirkten sie. Das Bild zeigt überlebende deutsche Soldaten nach dem Massaker. Als eine sich in der Nähe befindliche Deutsche zur Bewachung der Bahnstrecke eingesetzte Bahnschutzkompanie, hauptsächlich ältere Polizisten, welche die Schüsse gehört hatten und zur Unterstützung herangeeilt waren, sich dem Schumer Bataillon näherten, hatte Loba ihnen zugerufen, dass es sich um die Abwehr eines Partisanen Eingriffs handeln würde. Mit dieser Falschmeldung war es ihm gelungen, die ebenso überraschten Soldaten dieser Kompanie in den Bereich der Ukrainer zu locken, Soldaten wobei nun auch eine große Zahl dieser deutschen Bahnschutzangehörigen getötet wurden. Am Ende war die Straße übersät mit toten deutschen Soldaten, wobei die überlieferte Zahl schwankt zwischen 102 bis 234, darunter 25 Offiziere und 75 Unteroffiziere bei Verlust der Ukrainer von nur einem Mann. Nach ihrer mörderischen Tat verschwand das Bataillon Loba in Stärke von 820 Mann in den nahen Wäldern. Insgesamt waren mit dem Bataillon Negrebecki über 1300 Ukrainer übergelaufen, die sich jetzt bei den schon auf sie wartenden Franzosen meldeten. Hier eine Gruppe der Ukrainer jetzt im Räuberzivil der Partisanen. Quasi als Gastgeschenk hatte das Schumer Bataillon Loba mitgebracht, vier Panzer Abwehrgeschütze, vier Mörser 82 Millimeter, 37 Mörser 52 Millimeter, 21 schwere Maschinengewehre, 120 leichte Maschinengewehre, 10 Sturmgewehre, 700 Karabiner, 130 Maschinenpistolen, 545 Millimeter Granaten, 1000 Granatwerber Geschosse, 500 Pferde, 280 Fuhrwerke, sowie rund eine Million Schuss Infanterie Munition. Zunächst wurden beide ukrainischen Verbände als erstes und zweites Bataillon in die FFI eingegliedert. Später wechselte ein großer Teil der Ukrainer in die der ersten freifranzösischen Division unterstellten 13. Halbbrigade der Fremdenlegion und wurde nach Marseille in Südfrankreich verlegt. Nach dem Krieg blieb ein großer Teil in der Legion und wurde in Indochina eingesetzt, wo sie dieses Mal für Frankreich kämpfen und sterben durften. Diejenigen, welche sich nach Kriegsende für eine Rückkehr in die Sowjetunion entschieden hatten, wurden dort zu 25 Jahre Haft im Gulag verurteilt, einige waren auch als Verräter hingerichtet worden. Die bei den Meutereien getöteten deutschen Soldaten sind auf dem Soldatenfriedhof in Andilie, rund 10 Kilometer nördlich von Thul, beigesetzt. Dieser Soldatenfriedhof ist mit 33.085 Gefallenen die größte deutsche Kriegsreberstätte des Zweiten Weltkrieges in Frankreich. Aufgrund dieser Vorkommnisse waren 2.300 als unzuverlässig eingestufte Ukrainer zu sogenannten Schanzregimentern in Deutschland verbracht worden, 5.500 blieben in der Division. Aber diese Art Vorkommnisse hatten beim näherkommen der Alliierten sogar noch zugenommen. So war es am 17. Oktober 1944 in der ab dem 10. Juni in Ostkroatien aufgestellten 23. Waffengebirgsdivision der SS Kama Klammer Kroatische Nummer 2 zu einer Meuterei gekommen, bei der angeblich ein deutscher Offizier ermordet wurde. Allerdings hatte die Division selbst den Aufstand schnell niedergeschlagen. Und wie bereits in der Nacht vom 16. auf 17. September 1943 meuterten erneut Soldaten der kroatischen 13. Waffengebirgsdivision der SS Hanscha im September 1944. Jetzt zum zweiten Mal. Nachdem nämlich der kommunistische Partisanenführer Tito, hier rechts mit Kommandeuren der Partisanenverbände, eine allgemeine Amnestie für auf deutscher Seite kämpfende Kroaten angeboten hatte, waren während der nun folgenden drei Wochen über 2700 Divisionsangehörige mit ihren Waffen desertiert. Entweder waren sie einfach nach Hause gegangen oder sie hatten sich der Miliz der sogenannten grünen Kader angeschlossen, wobei sich dieser Begriff ableitete von den sich im Ersten Weltkrieg in den hier grün gezeigten Wäldern versteckten fahnenflüchtigen österreich-ungarischen Soldaten oder die Deserteure der Hanscha-Division waren zu den faschistischen Ustascha-Verbänden unter Ante Pavlic übergelaufen. Bis Anfang Oktober hatten sich auch 700 Angehörige der Hanscha-Division den besonders grausam kämpfenden kommunistischen dritten proletarischen Partisanenkorps angeschlossen, verantwortlich wie andere Titelverbände auch an zahlreichen bis heute ungesühnten Kriegsverbrechen gegenüber Kriegsgefangenen deutschen Soldaten. Auch in der von der Wehrmacht verachteten wegen ihrer besonders grausamen und sich an keine Kriegsregeln handelten berüchtigten SS-Bewehrung sprich Strafsonder einer Dirlewanger unter dem Oberführer Gustav Dirlewanger der nach einer Beschreibung moralisch haltlos und machtbesessen war von Grausamkeit und Willkür getrieben und Verbrechen zum Prinzip des Kampfes gemacht hatte war es im Dezember 1944 in Ungarn wo die Division in Budapest eingesetzt war zu einer Meuterei gekommen bei der dann Angehörige in Regimentstärke zur Roten Armee übergelaufen waren und ein für einen gefallenen Regimentskommandeur zuversetzter ehemalige KZ-Kommandant war von Angehörigen der 2. und 3. Kompanie die aus ehemaligen KZ-Häfflingen bestanden kurzerhand gelünscht worden wie wohl auch der im Februar 1945 als Divisionskommandeur abgelöste Dirlewanger der getarnt als Zivilist um den 7. Juni 1945 in französische Gefangenschaft geriet von einem ehemaligen KZ-Häftling erkannt worden war und aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem als Gefängnis benutzten Haus im schwäbischen Alshausen entweder von ehemaligen Zwangsarbeitern oder von französischen Militärgefangenen polnischer Abstammung erschlagen worden war Dann im März 1945 siehe mein anfangs erwähntes Video war es auf der niederländischen Insel Texel zu einer georgischen Meuterei gekommen mit zahlreichen ermordeten deutschen Soldaten Ebenfalls im März 1945 hatte in der am 10. Februar 1945 aufgestellten holländischen 34. SS- Freiwilligen Grenadier-Division Landstorm Niederland eine Meuterei stattgefunden als vier niederländische SS-Männer der 7. Kompanie des SS-Freiwilligen Grenadier-Regiments 1984 geplant hatten die deutschen Kompanie-Angehörigen zu töten und dann zu den Briten zu desertieren ihr plan war allerdings entdeckt worden und die vier niederländer waren am 9. März 1945 hingerichtet worden schließlich ist noch von einer Meuterei zu berichten im bereich der in norwegen liegenden sechsten gebirgsdivision folgendes hat sich dort kurz vor dem offiziellen kriegsende am 8. Mai ereignet am 27. April 1945 war unter der Führung von Karl Renner von der Sozialistischen Partei Österreichs hier Bildmitte mit Vertretern der vier alliierten Siegermächte die Republik Österreich ausgerufen worden Anfang Mai hatte Renner dann in einer vom Radio übertragenen Sendung gefordert dass alle in der deutschen Wehrmacht dienen österreichischen Soldaten sich bei erster Gelegenheit ergeben sollten Von dieser Aufforderung hatten auch Soldaten der vierten Batterie des Gebirgsartillerie Regiments 118 der sechsten Gebirgsdivision gehört die in der Nähe des norwegischen Signal Dalentales lag Allerdings verbot der seit dem 26. April 1945 als Divisionskommandeur eingesetzte Oberst Josef Remold hier 1952 als erster Kommandeur der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Ausführung dieser Kapitulationsaufforderung Daraufhin hatten mehrere österreichische Soldaten der vierten Batterie ihre beiden Offiziere Hauptmann Dirnbacher und Oberleutnant Fromm ermordet Dann unter der Führung eines Obergefreiten Bruckner hatten sie sich in zwei Gruppen geteilt um das neutrale Schweden zu erreichen Während die größere Gruppe von 48 Mann das in Rot gezeigte Schweden erreichte wo sie interniert wurden war die kleinere Gruppe von elf Mann von einem Wehrmacht Suchtrupp gefasst worden Nach einem Kriegsgerichtsverfahren wurden am 10. Mai 1945 zwei Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht vier der elf Deserteure hingerichtet Abschließend kann festgestellt werden dass eine große Zahl ausländischer Freiwilliger in der Wehrmacht und der Waffen SS gefallen sind und die überwiegende Mehrzahl bis zum Kriegsende an der Seite ihrer deutschen Kameraden geblieben sind aus welchen Gründen auch immer aber die Kriegsgeschichte zeigt auch dass diese Art zusammengewirfelten Verbände nicht nur anfällig für die gegnerische Propaganda war sondern sich auch gegenüber ethnisch unterschiedlichen Landsleuten besonders grausam aufgeführt haben und darüber hinaus bei der sich zu Ungunsten Deutschlands rapide veränderten Kriegslage auch bereit waren mit allen Mitteln die bis zum zahlreichen Mord an ihren deutschen Kameraden gingen auf die siegreiche Seite zu wechseln und es muss daran erinnert werden dass nicht selten die in deutsche Uniformen gesteckten Ausländer in den mehrheitlich der SS unterstellten Verbänden auch für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich sind die allerdings von ihren deutschen Kommandeuren so gut wie nicht geahndet worden waren aber auch heute noch das deutsche Konto belasten die Land aur sind die 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 Vielen Dank.